willkommen zum ersten unboxing für heute es wird noch ein zweites folgen ich habe immer wieder was bestellt neue arten bei den fassmieden das hier sind die lamponius gyrini die zimtschrecke richtig schöne tiere vielen vielen dank maike sage ich schon mal ja ansonsten gibt es eigentlich zu der art aktuell nicht viel zu sagen ein heilungsvideo wird auf jeden fall noch folgen und ich freue mich über diese mega hübschen tiere ja bleibt dran abonnieren liken gerne meinen kanal weiterempfehlen ja das war's eigentlich und jetzt lasse ich euch mal noch dieses schöne tier anschauen richtig hübsch was sagt ihr dazu echt wie eine zimtstange sympathischen 30 stück bin mega fasziniert auf jeden fall ja und wer noch genaueres wissen will gerne in die kommentare bis zum nächsten video tschüss 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 Vielen Dank.